Ich habe eine Holzleiste verbaut, den Draht, den Löffel, das Papier, den Gummi und die zwei Wäscheklammern. Und ich bediene das so mit der Hand. Und schon mal getestet, wie weit das fliegt? Und es fliegt ungefähr drei Meter. Ah, das ist ja schon mal gut. Und du kannst das ja noch verschieben mit dem Draht oder ist das festgemacht? Das kann ich verschieben, aber ich habe das so eingestellt, da ist das ungefähr drei Meter. Ah, super. Dann werden wir mal testen, wie weit das Menschen wirklich spielt, oder? Okay, dann machen wir das. Super.